Beweggrund Mein Pfarrer ist ein kleiner Bursch. Aber leider, er ist kein Schneider. Ich bin reich und gesund und hab zum Fürchten keinen Grund. Was ich brauch, ist einen Schneider. Und nicht so ein Hungerleider, der mir einreden will, nach dem Tod geht es noch weiter. Ich brauch einen Schneider. Aber ganz so sicher bin ich mir auch wieder nicht, ob es nicht da noch weitergeht. Und wenn es auch nur die halbe Wahrheit ist, das mit der Höhe und dem Paradies. Ich glaub, ich halt mich warm. Aber das Leben geht weiter und jetzt brauch ich einen Schneider. Verständnis Alles verstehen heißt alles verzeihen und nichts bereuen. Selbst Justiz, der bringt sich selbst um den größten Genuss, der kleinlich nach Prinzipien leben muss. Prinzip. Denn Prinzipien sind prinzipiell nur dann etwas wert, wenn man sich prinzipiell und Prinzipien nicht schert. Naturgesetz. Sie werden wie alle anderen auch geboren aus Muttis Bauch. Sie werden wie alle anderen auch aufgehust, sendungsbewusst. Sie werden wie alle anderen auch leben, lieben, hassen auf Erden und sterben. So werden also wie alle anderen auch, weder die Juden noch die Christen, die Natur je überlisten. Ziobk 7 8 8 10 11 12 12 14 15